Hallo, ich habe wieder vier tolle Wundertüten von dem Yago entdeckt, die habe ich mir wieder gegönnt. Die kosten 5,99 Euro, sind zwei Magazine mit zwei Figuren dabei. Diese Figuren gibt es, zweimal Nia, einmal zweimal so Schlange, Wasserschlange und einmal die Wüstenschlange, Lloyd, Kai und Jay als Taucher nochmal. Das ist die Helden-Power-Tüte Nummer 11. Da habe ich auch ein paar schon vorgestellt, ich weiß gar nicht, wie ich sie auch hatte. Und da habe ich vier Stück von gekauft und die möchte ich gerne mit euch auspacken. So, fangen wir mal mit der ersten an. Achso, mein Tipp, ich schätze mal Nia wird bestimmt öfter dabei sein und vielleicht einen von den Schlangen mal. Mal gucken. Oder Jay den Taucher, da hatte ich auch bei den anderen Tüten viele dabei, die die da mit reingepackt haben. Achso, sind auch extra limitierte Karten dabei. Achja, die sind extra hier drin. Ach, die ist ganz cool, die habe ich gleich noch nicht. LE5 ist das, Arcade Lloyd, Limited Edition. So, kommen wir mal nach hinten. Die sind auch dabei. Ach ja, die ist da. Und dann diese Hälfte sind auch immer dabei. So, da haben wir die erste schon mal. Stehen wir das immer zur Seite? Ne, ja natürlich mit einer Kohlkarte. Ah, das ist das Heft Nummer 63. Ja, die ist doch schon mal cool. Die hat ein Kartaner dabei, so ein Schwert. Ja, die Figur kann man ganz gut nutzen. Die ist doch nicht schlecht. Ich werde die jetzt nicht auspacken. Die tötet meinen Sohn so gerne aus. Dann lasse ich die mal gerne zusammen. So, und wen haben wir noch? Mario Party. Ah, wann erschien das denn? Ist auch schon ein bisschen her. Ne Schlange. Cool, die Wasserschlange, die ist cool. Flossen dabei. Auch komplett Beine mit Torso. Die Schlange ist ganz schön. Sticker, da finden wir noch welche. Und einmal eine Sengkarte. Das ist die Nummer 82, ist das. Ja, die ist doch cool. Ja, die finde ich geil. Die kann man auch gut nutzen. Super, so, Schlange näher. Dann lass uns mal die zweite aufpacken. Da muss ich überlegen. Hier drei limitierte Karten habe ich da jetzt weiter gehabt. Das ist jetzt schon mal nicht schlecht. Oh, die sind jetzt dabei. Dann wollen wir mal sehen, ob die alle immer die gleichen mit drin haben. Ne, ups. Äh, ich glaube, das ist eine andere Rückseite. Oh, eine Karte. Den haben wir jetzt. Ach, wieder die Karte. Die wird bestimmt immer dabei sein. So, kommt die weg. Und einmal diese Seite. Die Schlange. Ja, das war nicht schon mal nicht schlecht. Immer die Schlange bei bisher. Natürlich auch Sticker und Dinkfeder. Und den haben wir jetzt. Aber das ist doch. Ah, das ist die gleiche Rucksäte. Also, wieder die gleiche Nähe. Einmal die Nähe, muss ich mal gucken. Die gibt es einmal nur mit so einem Pickel und einmal mit dem Katana bei. Ah, die haben wir. Ach, die hat da auch ein anderes Kopfteil da. Ja. Anders bedruckt. So. Also, 50 Prozent hat man die beiden in der Tüte. Mal sehen, wenn die alle vier ausgepackt haben. Da wisst ihr ja Bescheid, wenn ihr die Tüte seht, welche da immer bei sind. Ob sich das für euch lohnt oder ob ihr die hier nicht haben wollt, dann braucht ihr die Tüte ja nicht kaufen. Ah, das sieht schon wieder so aus. Die haben jetzt gerade die Karte auf. Natürlich die gleiche Karte auch wieder dabei. Und Schlange wieder. Aber das ist eine super coole Figur. Kann man nicht meckern. 4,50 haben die vorgekostet, was die Tüte kostet jetzt. 6 Euro. Ja. Ist eigentlich ein guter Preis. Und wieder näher. Ja. Das sieht ja schon mal an. Die Tüte ist schon mal sehr hoch. Dass man immer die gleichen dabei hat. So, jetzt packen wir die letzte aus. Jetzt haben wir denn. 2 von 7 Magazin und 2 von 7 Extra. So. Jupp. Und auch wieder die gleiche Karte. Also. Garantiert immer die gleichen Typen. Ja. Nochmal näher. Genau die gleiche. Die Rückseite kennen wir auch. Und Schlange. Also. 400 Tüten. 4 mal Schlange. 4 mal näher. 4 mal die gleiche. Limitierte Karte dabei. Oder ja. Immer einmal 3. 3 mal. Immer Sticker. Ist auch nicht schlecht. Ja. Also. Wenn ihr die kaufen wollt. Kriegt ihr höchstwahrscheinlich. Diese beiden Figuren. Wenn ich da noch welche sehe. Würde ich die Tare auch nochmal welche kaufen. Das waren leider alle die da waren. Und nochmal sehen. Ob da. Wirklich immer die beiden gleich. Da drin sind. So. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.